So, Hallöchen wieder vom Flughafen München. Wir haben es heute den Donnerstag, 19.11. Ja, circa zwei Wochen, zweieinhalb Wochen seit dem Lockdown light, also dem zweiten Lockdown. Ja, und die Maschinen gehen wieder runter natürlich und wieder fast keine Landungen. Und so schaut es halt aktuell jetzt hier aus am Flughafen München. Terminal 2. Ab Dezember wird es dann wieder so sein, dass Terminal 1 geschlossen wird und alle Flüge, also Abflüge und Ankünfte vom Terminal 2 auslaufen. Traurig, was hier passiert. Harte Zeiten, verrückte Zeiten. Nicht normal. Wie immer, ich wünsche das Beste für uns alle und dann, ja, hoffen wir das Beste nicht. Und außerdem haben wir jetzt eine Impfung gefunden, ob es das bringt. Schauen wir mal. Ja, hoffen wir das Beste. Aber es ist halt krass. Einfach alles zu im Moment. Ja, es ist, der Oliver hat noch offen, Dönerladen. Starbucks hat noch offen. Und ganz hinten der Subway. Das war's halt dann, ne? Naja, alles klar. Macht's gut. Euer Akbem. Ciao, ciao. Ciao.